war das ein guter tipp? hab einen coolen trecker gerade bekommen oh jetzt geht unter die landwirte die landwirtschaftssimulation dreimal durchgespielt hallo und nein ich hab den scheiß noch nie gespielt was? das enttäuscht mich jetzt ich hab meine Grenzen auch nicht gewonnen wir holen uns jetzt gemeinsam den sieg ich hab einen Kumpel der mega oft landwirtschaftsum lauter Opfer es ist auch nicht schlecht jedenfalls um sich mal ein bisschen lustig zu machen oder sonst der ist mal auf einer Landwirtschaftssimulator Con gewesen und ja es gibt eine Landwirtschaftssimulator Con ja ich hab davon gehört die ist gar nicht mal so klein mhm aber warum muss dazu sagen auf der Gamescom ist immer gute Stimme ja 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 ich hab's gespielt aber war doch frisch aber so richtig ernst als sie spielen nö auf keinen Fall hier kommt doch bestimmt jemand fuck ich bin komplett abgestürzt wir dürfen nicht so viel trinken bist du oben? ja das wird doch alleine anscheinend find ich gut, ich hab nur ne Hauber wir sind schon im Ring, verdammt, die Bewegung hätte mir gut getan ja, ich seh ja das hat drei aber halt keinen dann sind wir wohl alleine hey niemand will mit uns spielen echt ey können wir nicht du verdammt da sag ich nicht nein Rucksack wäre noch gut Rucksack wäre noch gut trotz des Abletten da ist die Duvold hey wer mit aber natürlich ich kann manchmal schreden ey, das ist schlimm jetzt geht los jetzt geht los also hab's ich kann ja das ist ja das ist ja ist ja das ist ja das ist ja Schnell, schnell, schnell! Da hab ich sie schon. Du hast gar keinen Helm. Nein. Ach du Scheiße. Ja. Das ist komplett neugig. Willst du eine leichte Waffe? Ich hab leichte, ja. Da, wo das leichte Mund-Dings ist, liegt auch 10.000 Money. Ja gut, hab ich. Bei der Winter hab ich gerade meine Waffe da gewachscht. Du wirst das lustig aus. Es sieht ein bisschen lustig aus. Oh, die Laufstabließe hat doch schön. Ich bin einfach hier so hingeworben, ey. Ich brauch's nicht mehr. Äh. 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 Ich weiß auch nicht, ob er richtig hat. Weil die Muni brauch ich dir selber. Sorry, ich hab die 60 Muni. Ist das nicht viel, ey? Komm, wir sind aber gar nicht gewendet. Ich greife an! Hat kein Schild mehr. Ich rufe an. Ich rufe an. Hup. Ich rufe an. Ich rufe an. Ich rufe an. Na, du hast ein Gold geschenkt. Da will mir Spaß hören. Das Amüsante ist, jetzt brauche ich keinen Select-File, jetzt brauche ich die Crawler. Was ist das? Oh, die Zoll kommt. Jo, aber es ist ja nicht falsch weg. Boah, Scheiß, das kann doch nicht sein. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Ah, ist ja schon. Ja, dann mal wieder zurück, wo es anfängt. Gut zu wissen. Der Drop ist etwa hier runtergekriegt. Ich will hier mal nachsehen. Ein Lifeline Drop. Schau mal, hier ist ein offener Versorgungsbehälter. Ja, sind die dann schon hier durch, oder? Ich weiß nicht, wir sind beim Drop jetzt. Ich weiß nicht, wir haben noch eine Minute und der Ring ist direkt da. Schau mal nach. tschüss, aber nicht so weit, oder? Nee Trotzdem haben wir nichts Wir haben jetzt beide kein Schild Das finde ich gut Müssen nur überleben, nur überleben So So blöd Ja, das wird jetzt Ja, das wird jetzt scheiße Können wir uns vielleicht hier oben verstecken? Jo, Mann Ich will ein bisschen mal zurück Ja Hinten sehe ich auch nichts Ja, sind drin Sind im Gebäude Nein, sind nicht, sind draußen Sind draußen Feuer Ja Kommen wir da Die hat das Legendary Scope Oder auf Nullock Nein, sie hat das Legendary Scope Jawohl Jawohl Feind ausgeschaltet Lade meine Schilder Die ist da noch drüber Hier ist da noch drüber Hat kein Schild mehr Schöne, Alter Wie haben wir das so weit lebt, Alter Ha! Good job, als du da reingegangen bist Da dachte ich mir, what the fuck Ja, war knapp, war knapp Ja, war gut Wollst du damit sagen? Turbolader Ja, warte das mal jetzt hier Ja, Mann, das läuft ja richtig So, jetzt muss ich aber erst mal Los jetzt, sag Hallo Lade meine Schilder ab Hm Hau, Mono, Alter Alter, jetzt läuft es richtig Ja Legendary Stabilizer Auf meiner Wort Alter, nice, Mann Plus das Legendary Scope, also Gibt es das Legendary Scope schon mal? Alter, das ist Eine Minute, der Ring ist in der Nähe Was wir brauchen könnten Äh, wir müssen so langsam Ja Wollen wir von da her kommen? Ne, lass mal von hier hinten Das schaffen wir noch Und dann haben wir niemanden im Rücken Alles klar Weißt du, wie ich meine? Ja 30 Sekunden, bis der Ring sich schließt Ihr steht drauf, wenn es knapp ist, was? Kann ich mich aber nicht verknappen Hier ist ja nur Scheiße da Ja, sehr gut Können wir mal ein paar Granaten hinter mir Ja, ich komm dann Tschüss Ach, du hast auch das geile Schild Sehr gut Und mir fehlen irgendwie noch 10 Damage oder so Und dann wird das gelootet Okay Das war jetzt aber auch die einzige Waffe, die ich liebe Von den Energie-Waffen Ja, dieses Care-Paket sollte wir uns definitiv ansehen Für den Energie-Muni hast du? Äh, 260 Alles klar, super Und du? Äh, was war das? Das ist knapp 180 2 Squats Ne, äh, 6 Squats Gut, dann warten wir mal Wo kommen die zu mir denn noch? Hast du gerade auf deine Kills geguckt? Nein! 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 Nicht, dass ich auch zwei Kills habe? Nein! Nein! Das, das muss ja so sein Wenn wir uns ja ein Team brauchen Nein! Scheiße! Ja gut, dann lass links rüber Ja! Achso! Ja! Ja! Kannst du mal was von den Zeug abgeben? Ja! 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 Das ist die Frage Wollen wir zu den Gebäuden oder wollen wir in die Mitte? Ich würde ja da sonst erstmal oben drauf oder? Aber sind bestimmt schon welche In den Gebäuden sind bestimmt auch schon welche Ja! Lass es zu den Gebäuden Ja! Weil die, wenn die Zone sich gleich ändert Ist die Mitte eh nicht mehr drin Ne Eine Minute, der Ring ist in der Nähe Oh ja, hier sind wir da Da sind welche Da sind welche Ja! Ich will jetzt mal ins Gebäude rein oder? Ah, gebuotet Ja! 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 Das ist genau der, den ich angepinkt habe Lade meine Schilde Aber der war schlecht Sonst wär ich tot Ich hab mich kein bisschen bewegt Digga chill doch Du machst mir keinen Schaden Los, los Ach ja! Es sind immer noch sechs Squads in der Zone Ja! Das ist krass ey! Ne? Ja! Nice! Nice! Läuft bei uns! Ja! Meine zu! Mach mal was lustiges Oh fuck! Was soll das nicht tun? Oh mein Gott! Alter! Da ist da jemand draufstehen! Ich guck die ganze Zeit hin! Da war nie jemand drinnen! Drauf! Alter! Ja! Wurst du! Danke! Alter! Wie geht das man? Wie können wir so ein Köln? Dass wir so gut sind? Ich weiß es auch nicht Jetzt hab ich auch den goldenen stabilisiert, Alter Jetzt geht's los, Mann Oh die Mälie Ja natürlich will ich ne kleine Schildzelle nehmen Wenn man komplett alle Schild weg ist Danke Spiel! Ist ja noch eine drin? Ja, natürlich Aber damit hat es sich auch nicht gerechnet, Loren Das lade ich hoch, Alter Das lade ich hoch, Alter Das lade ich sowas von hoch, ey Ich hab einen lockt Der ist tot Und auf was da sitzt Wow! Hey! Der hat nur ein graues Schild Was will der? Ist jetzt egal Und dann mach deine Schild hoch Und? Aufm Nachbarhaus Da wo wir erst waren Zwei Squats ist Das ist das letzte Ich hab euch ja wieder raus Ich hab euch ja wieder raus Ich hab euch ja wieder raus Kein Schild mehr Kein Schild mehr Nein! Mach du, mach du Ich belebe mich wieder Sag doch, was du den eingenockt hast! Äh, ja Ja! Wie? Nice, Mann! Ich bin am fliegen Ich bin am fliegen Seh beide Schieß erstmal auf den Einschieben Aber seh ich das Schild Dass er gelockt ist Ähm, fuck! Ich hätt den einen im fliegen Ich hätt den einen im fliegen Geil, Alter! Das war ein geiler Endfight Das war ein geiler Endfight Vier Vier Also, um was für ihn mal besser Hey Wir hatten bei jedem Squad Je einen gekillt, ne? Ja Geil, Mann Ja Schön Aber auch beide Male Wir konnten ja das überleben, Alter Ich hab keine Ahnung Ich mach mal was lustiges Oh, fuck! Ich hab auch nicht gedacht, dass da jemand wär, Alter Ja, ich hab die ganze Zeit da hingeguckt Weil ich mir dachte, da kommt bestimmt gleich einer hin Ja Ich hatte recht Ich glaub, die waren genauso überrascht Ja Ja, ja, ja Oh, Mann Ja Easy